Und? Was machen wir jetzt? Was ist jetzt los? Schade. Danke. Für alles. Pech war's. Was hast du bloß von mir gedacht? Wieso? So besoffen, wie ich war. Ich hab an mich gedacht. So ist das, wenn man merkt, was mit einem los ist. Dann gehst du in Kneipen und trinkst, um alles runterzuschlucken. Ich geb heute Abend ne Geburtstagsrunde. In der Bar von neulich. Komm noch hin. Deswegen der Sekt. Ich kann nicht. Es geht nicht. Wirklich. Es geht. Kann ruhig spät werden. Nein, nein. Ich. Du kommst. Bestimmt kommst du. Dann. Du kommst. Du kommst. Untertitelung des ZDF, 2020